Sie sehen hier eine Malinois-Hündin und Sie können ja einfach mal für sich raten, wie alt diese Hündin ist. Am Ende gibt es hierzu die Auflösung. Ja, Malinois, das sind die kurzhaarige Variante des belgischen Schäferhundes. Da gibt es auch noch eine langhaarige oder vielmehr zwei langhaarige Varianten. Das ist einmal der Grönendel und der Terwüren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie sollen sich eigentlich nur im Äußeren unterscheiden, aber der Malinois zeichnet sich einfach noch stärker durch seine Gebrauchshundeeigenschaften aus. Er gilt mittlerweile als der Sport- und Diensthund und hat größtenteils in Deutschland den deutschen Schäferhund aus dem Polizeidienst schon verdrängt. Er wurde hauptsächlich in, ja einmal Belgien, also in seinen Ursprungsländern, neben Belgien ist das auch noch die Niederlande und das ist noch Frankreich, hauptsächlich für seine Gebrauchshundeeigenschaften gezüchtet und weniger auf sein Äußeres hin. Und das hat zur Folge, dass es sich hier um einen ziemlich gesunden Hund handelt, der aber im Äußeren durchaus variabel ist. Anders, der deutsche Schäferhund, der wurde ja hauptsächlich auf sein Aussehen hingezüchtet und das Ergebnis, das hat man ja nun. Der Malinois ist sehr bewegungsfreudig, arbeitsfreudig. Noch mal eine kleine Anmerkung, bitte beugen Sie sich nur über einen Hund, zu dem Sie ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis haben. Denn sonst kann, genau, denn sonst kann dieses Über-Ihen-Beugen halt durchaus als Drohgebärde aufgefasst werden. Der Malinois ist territorial und ein verteidigungsbereiter Hund. Insofern gehört er dann auch in die Hände von vernünftigen Hundebesitzern und ist nicht unbedingt als Anfängerhund geeignet. Und dann noch die Auflösung, die Hündin, die sie gesehen hat, die ist zehn Jahre alt. Also es ist eine tolle Rasse und mit zehn Jahren, das ist dann schon etwas Besonderes, dass der Hund dann auch noch so bewegungsfreudig ist. Also es ist ein sehr, sehr vieles Besonderes, dass der Hund dann auch noch so bewegungsfreudig ist. Vielen Dank.